zu einer neuen aggressiven folge lego fort mit dem dummen kopf der immer aufhören soll rein zu reden wenn ich hier gerade eine grüßung mache tortegott ich sehe er lacht gerne rein heute spielen wir mal den herzensbrecher der passt gut zu mir herzensbreche ich habe doch kein erz ja wenn du zu bristen anderen weißt du das hört mich ähnlich wenn die umfragen heulen die eben rum passen was mich hat ja wirklich wird schon weinen in jason mit dem stark haben kommt und man hält so prägt wird soll jeder diesen klasse ist es etwa klasse oder was kann es zerbrechen warum jetzt plötzlich meike meyers der ist langweilig der kann nix selbst eine horror für ein bisschen scheiße gewesen so leute schreibt man die kommentare thema heilin oder team so anscheinend team heilin bei so viele wie ich kenne obwohl heilin eigentlich ein scheiß teil ist was denn jetzt hier draußen los warum von meiner haustür also das ist mit euch warum immer durch mein haus kannst du mir mal ernsthaft die frage jetzt mal beantworten bald hast du dein schwert ja ich habe ein schwert noch ich habe noch eins knochen also für knorrenwurzeln ja ich habe die unentime schuppel immer noch fällt mir auf das war es in der mittag und fünf stäbe würde ich habe keine stäbe aber aber holz was hier holz knorrenwurzeln gefragt ich habe gerade nicht mehr zugehört also ich habe nicht mehr zugehört also er wird sich auch schauen was ich gemacht habe ja ich bin ich will es nicht mehr sagen wir brauchen den rot weißen zappler fisch den finde ich dann krass ich glaube das war für das hauptquartier für das nächste level des hauptquartiers ob sie eingestiftet steht ja das brauchten wir diesen rot weißen zappler braucht mehr für den nächsten dieser talismäne wir brauchen halt für das verbessern des quartiers müssen wir in eine lavahülle rein was brauchen wir um eine in eine lavahöhle zu gehen schneebären wo kriegen welche richtig im schneegebiet heute gehen wir ins schneegebiet bist du bereit fürs schneegebiet drauf springt drauf drauf treten aufs gesamte essen auftreten alter wie sieht das dann aus wenn man rüber läuft diese kamera diese kamera alter siehst es auch wenn die rüber läuft diese kamera wie perfekt ist ja schon aber kommen aber du die fände es aber auch manchmal auch wenn du hier rüber läuft mit der kamera wir können ist das tisch machen so was du nicht gemacht weißt du warum ich eigentlich heute in mit dir in den dings will also ja er brauchen wir noch nicht ich will ich will ich will nur dass er allererste mal mit dir jetzt einfach mal ein schneegebiet ok warum das erklärte ich ja baue ihn aber ich werde sie denn unterwegs sagen ok warum wir das jetzt machen hier war noch kein schwert ich muss das machen und ich habe kaum feine und ich glaube ja derzeit auch mit nahmbrust rum so wobei ich dann ist ja ich habe zwei schwester na zwei genauen worte schwere heißt war kalt ist das ist da jetzt dahin platziert ich kann jetzt schaden irgendwann kann sagen stärker machen und haltbar und mehr leben wird die wahrscheinlichkeit des kreativen und fange bei der verwendung von waffen und wechsel handelsgegenstelle rohe robin und explosionskern rohe bernstein und granit tafeln ok granit habe ich schon letztes mal gemacht als sie hörte die gang mit deiner waffen ich habe meine frage was hast du mit meinen kandidaten gemacht weil die habe ich für uns alle beide zusammen zerkleinert damit wir hier links noch haben sogar in der leben kannst du da machen so im erleben ist am günstigsten war noch mal das schneegebiet wenn ich fragen darf da hinten eine halbbarkeit könnten wir machen war der hört die wahrscheinlichkeit dass kreativen freunde bei der verbindung ja roher bernstein milch und ei und ich habe hier von fünf aber ich will heute jetzt erstmal mit ihr ins schneegebiet das ist eine erkundungsfolge der komplette dieses mal also würde ich dir sagen macht dich bereit rüste dich komplett auf legt die sachen weg die du brauchst die lege ich auf jeden fall weg ich brauche die sachen also aber ich mache jetzt die sachen die du nicht verlieren willst man nicht damit zum kopf wieso versteht er nicht mal ich mag bis der elf versteht ist so dumm seid ihr schon eure intelligenz ist minus null wo sagt der ok ich sag's mit konzentration und ihr was ich weiß ja nicht was du sagst und ich weiß nicht was ihr wollt immer von mir wenn ich wenn ich meine zeit für wenn ich heute zum beispiel keinen bock auf fort mit habt muss ich halt ja sagen weil sonst eng nur so denkt ich mache scheiße warum muss man es nicht warum ist mein server ich kann nicht sagen ich kann sogar deine mutter ficken ich bin ich bin zwei ich will gerne mal ist man nicht warum ist man nicht in der rettür so das hat gesagt was sie mir ist aber die ganze schaffen steht für mich auch ich habe ich habe hier hier erreichen jetzt noch so ich hab zwar mehr mein haus aber ich lass mir erst mal so ich gehst mir über die richtig schön richtig richtig schöne brücke alter also ich so ne schöne brücke vielleicht weil wir halt keine brücken bauen können junge wenn du nicht deine fresse hält ich schwöre ich schmeiße ich aus diesen gesamten scheiß server nervlich nicht wie willst du hier eine brücke bauen wenn dieser scheiße nicht so wie beim mycroft ist genau kacke so wie ich mich auf tasse hat sich dieses spiel und ich habe jetzt schon 62 abonnenten wo kommt ihr alle her ja der sports zur hälfte wahrscheinlich sind das ist bei jedem youtuber gerade der zeit du kriegst die hälfte boards der zeit ich habe es richtig nicht leicht und die maschine benutzen ich will doch nur acht feiler abend ich habe hier bei 10 gar nicht wo müssen wir noch mal entlang wenn wir zum schneegebiet wollen können wir uns schneebeeren holen dann können wir uns dann sie dann müssen wir nicht immer deine scheiße benutzen das nächste nix federn was ist mit schnee ja und was brauchen wir um irgendwas zu verbessern was aus der wüstenhöhle und wo kriegen wir sowas her ja richtig ich gehe nicht zu jedem huren sohn und frage ihn ob die was für mich haben können nämlich einmal einen blanken fetten arsch lecken habe ich hier irgendwo holz und federn ja woher mache ich in meinem haus das geht schneller eine folge die kleine fische kommen jetzt erst mal sehr viele feide acht feine bestehen hauptsächlich aus einem holz konnte man nicht auch kröder her jetzt stehen weiß ich nicht ich habe schon so ich habe 64 feine reicht mir jetzt komplett voll geladen und du ich habe man muss immer so genutzt bei dir jetzt nicht gut war facke hast du mit und so habe ich genug essen ja kürbis reichen und unterwegs sind wir schon reden also so eine scheiße für schwierig mal gucken wie so eine eisöle eigentlich aussieht noch übrigens in der eisöle finden wir auch noch ein boss die gehalt die fresse das ist einfach noch ein lego spiel das wasser warst du dann ich glaube ich will mir einfach alles mal der bross anrufe genauso das ist ja und das habe ich doch sogar gemacht sonst würde ich weißt du was ich empfehle ich gleich den schlüssel und spiel das spiel einfach komplett alleine durch ich finde es hat sich genauso wie beim montana black was aber als ich mir heute seinem video angeguckt habe hat er eigentlich komplett recht wenn man mit anderen leuten aufnimmt der wetz komplett ist für den eimer komplett kacke und ihr müsstet es doch selbst auffallen das wird ihr immer irgendeine scheiße labert ich kein bock auf euch habe ich habe nie was gesagt ich habe ja nie was gesagt ich habe ich habe ich weiß doch was ich gesagt habe du hast du gesagt kommst du jetzt scheiß aufs angeln oder ich an den welch hieß sie wieder ein super frisch mich nicht machen wir noch ein bisschen tun so ich bewege mich jetzt zum schneegebiet ist nicht links von uns da wo ich laufe ich sehe halt gar nichts hier ist grad nebel und hier ist ein haus was von missgeburten eingenommen wurde klamotten ist euer wg haus in sieben jahren so sieht es aus und da ist das locker treu der gott und hier ist eine goldene truhe schon wieder also ich mache ich bin gerade alles ob also hier ist also hier ist voll voller action ich öffne jetzt eine truhe mit einer blauen mit baguette ich habe einen klasse ich habe ein klasse scheiße meine deine mutter okay ich habe das gefühl ich habe kufferbaren gefunden siehst du es kann auch okay aber hey kollekt mein arsch nein macht das nicht um blauen schild haben wir jetzt freigeschaltet ich baue ich baue und alter weißt du was ich ich kann alles finde alter was das denn da ist ein vulkan hallo das ein verfickter vulkan einmal alle metallkiste okay okay jetzt können wir wahrscheinlich eine kiste riesige truhe halte was entscheide ich ja das ist ein rei alter du kannst ein langes schwert machen mit kupferbaren okay das muss aber ich bin halb der einzige von uns gerade beiden mit kupferbaren aber das sind noch vier körper waren die ich gefunden hab ne ja du kannst ein greifer machen sogar ich weiß aber das ist total weh ab und ich gucke mich hier noch ein bisschen ohne alter regeneration schmuck kannst du machen dann kannst du leben regeln wenn jetzt mal so eine riesen truhe habe ich doch gerade gesagt riesen truhe aber irgendwie glaube ich hörst du mir nicht richtig ja das ist so viele sache metallkiste ja guck mal weil ich mich auch ich habe sogar eine coole höhle gefunden was so ein fick ist das denn für eine höhle wo ich glaube ja schon zu dir auf so viele neue sachen so schön schon wieder eine neue höhle gefunden also ich weiß ich ja wir sind immer losgegangen haben wir das gefunden einmal geht es alleine los und geht alles so ich sage mir alles ein was ich hier eigentlich nicht brauche aber klasse ich brauche ich das für gebäude oder generell für sachen die wir bauen wollen dass man aber nicht die sachen also wie werkzeuge oder so irgendwie so weißt du wir sind dumm man kann ja selbst was bauen weißt du so ein dach oder so anstatt dass das wir einfach so ein dach über diese sachen bauen die wir draußen drauf geplatzt haben auf dem boden ja trotzdem wäre das effekt trotzdem wäre das effektiv und schlau und ich habe hier eine kleine mini pupsehle gefunden ja ich glaube ich glaube ich habe die ganze zeit keine austorte ich wäre du hier gerade hin laufs habe ich einfach alles gefunden oder gar nicht ist darauf gemacht und kumpfer drin war das war keine sachen das war nix auch guck mal wir können jetzt ein trampolin bauen worauf ich glaube das ist jeden schritt der ich mache endlich zum neue sache wenn trampolin bauen wir können neuen tisch bauen wir können neue stühle bauen oberstein das war für mein wasch für mein badezimmer an der riesige truhe ich gehe weiter aber 500 kilometer ich bin hier hallo leck meine arsch ich bin scheiß norma wir sind sie willkommen bei 1 und 1 sondern vielleicht ich habe eh genug falle also kommen ich bin ausgewichen ja ja wir gehen da rein wo sich alles gibt ja aber erstmal gehen wir da rein ich will halt wissen was da drin ist und falls wir ja jetzt einen zweiten eingang finden wo wir auf einmal 30.000 höhlen diesen scheiß spieler ja jetzt eine fackel drin und diese wie nennt man die nummer uns geläte ja jetzt hier höchstens wasser erst hier höchstens wasser und fisch und danken habe habe ich schon gemacht also da mal hier geht es noch eine etage nach oben wir können es dann doch steht noch aber ich habe neues gelände ist neues gelände freigeschaltet oh mein gott das sagt also er will nicht nur so ein neues gelände hier oben sind und ich brauche hilfe alter alter ich werde zusammengeknüppelt alter hilfe wo ist die lütze naja da sind aber europa und da hinten ist eine drohe du arsch würde sie doch da hinten siehst du sie nicht das liegt ist nichts ich nehme die droge in das holzwerk also war nächstens schützer bei der ersten speilers bei das scheiß verfickte skelette noch mehr ich habe die truhe geöffnet oder nicht ja da war ich für euch erfolgt raus und dann ist nichts drin naja aus was haben wir daraus gehen ja jetzt mal jetzt essen ist wichtig man kann hier ist wo ich habe und nicht so schön hier ist wasser und gott ich hätte einmal geangelt oder bis zum untergrund ist es nachts schon oder als die minister aber ich natürlich habe ich warte ok 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 aber scheiße ich bin 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 nachts ist es muss auch überlegen weil es ja nachts ist trotzdem schütteln trotz studie und ja dann machen wir machen lagerfeuer dann mal die top 2 knochen ich kann ich laufe ich brauche Lagerfeuer wir brauchen echt hier ein Lagerfeuer sonst überleben in dieser Scheiße nicht ja guck mal hier ist es jetzt wieder ein bisschen normal ich bin da Schneebeeren ja so wenn ich jetzt kümmern die Wüste geht und für den Haus wo bist du Bilo 2 seiden um ein Gott Romain 2 Spinnfaden Das ist extra ein Feuer eingebaut. Ja, damit wir wissen, wo wir sind. Kommt der nur riesiger Berge. Alter, ist das ein See? Ich weiß, es ist dunkel. Ist das Wasser da drüben? Ich weiß es nicht. Aber Schnee, Schnee werden so cool aus. Jetzt bin ich in jedem Survivor, wir spielen wirklich in jedem. What the fuck, wir machen hier keinen Schaden an den, was ist das? Hau ihn zusammen! Alter, wir wollen hier keinen Schaden, oh Gott, das ist ja oh, langschweb. Ritter Schwedropp der, der droppt die grünen Schäden. Oh, ich bin gleich tot, ich bin sowas von tot. Hilfe! Ich bin gleich gefällt. Wenn du weglaust, los. Okay, die machen. Äh, ich... Äh, ne. Wie viel zu schockt, wie das gibt. Ja, hab ich noch gesagt. Wie sind die so viel stärker als die, äh, äh, sie bist du. Weil die aufgeben, weil die bereit sind und wir vielleicht 10.000 Mal mal in der Wüste waren. Der Schäden ist was kaputt. Lange Schwert. Alter, ich erfriere hier, was ist das? Und guck mal, hier sind Schneebären. Äh, aber haben wir ja eigentlich auch genug schon. Ach schon? Oh Gott, da kommt auch einer. Ich glaub das auf... Oh mein Gott. Alter! Ja, ich glaub wir müssen auf die Zusammenhauen, sonst regt das jetzt nichts. Oh, geh weg! Geh weg! Headshot! Headshot! Okay, er hat ein Ritterschild, er hat... Oh, ne, noch ein Längsschwert. Ein Längsschwert, hab ich gesagt, ernsthaft. Oh, hier ist eine Truhe, hier ist eine Riesentruhe. Ja, hab ich dieses, was ich heiße zu tun. Mit Schubsaft, aber... Schubsaft, die der war. Oh, ne, 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 echt nicht, ich den Schwenke brauchen. Mal mal, wo sind wir eigentlich... Alter, wir sind nicht mal ansatzweise die ins Schneegewicht gekommen. Ne, 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 nicht ins Wasser, nicht ins Wasser, sonst sterben wir. Aber Fisch... Hallo, da sind noch mehr Skelettritter. Wolf, 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 Wolf. Wieso, wieso wird mir hier unten ein bisschen wärmer? Ein Hilfe! Hallo, kannst du mir kurz helfen, die Skelett-Dings töten? Ja, du musst mir drauf hauen, es bringt mir nix. Alter, Alter, der schmeißt Echse! Digga, der schmeißt Echse! Digga, der... Ja, scheiß auf Eiswürfe! Digga, Alter, Wolf! Eiswürfe, Eiswürfe! Und was ist das denn? Eiswürfe, weg, 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 weg! Oh, ey, die erlegen... Alter, das Gelände ist stärker als der Wolf! Kennst du die Gegendnahme? Eine lila Rackralle! Ich bin tot! Nein, das ist gestorben. Pass auf meine Sachen auf, bitte! Jaja, die... Ist das jetzt morgens? Ich weiß es nicht, ich hab Frägerinnen. Digga, mein Essen reicht ja gar nicht mehr! Ich hab ja nicht mahnt, sonst weiß ich was zum Essen wirft, ne? Übrigens! Oh, die machen drei Schläge! Was sind das für Tanks? Alter! Machen drei Schläge! Hintereinander! Der denkt sich auch nur so, fick dich ins Knie! Ich krieg dich tot! Okay, es wird morgens... Die verpissen sich! Auch die Ritter, oder bleiben die? Ich weiß es nicht, ich sehe ich auch keinen Sinn! Laut dem... Laut dem Live-Event, was ich ja mit... ähm... ähm... ganzer Typ... Hilfe, ihr Kühe! Aua! Warum so stark, Alter? Ich glaube, wir müssen... Ich hab' das Gebiet nicht! Hätte ich nicht gedacht, deswegen schränne ich auch schnell zu dir! Alter! Äh! Das Milch! Oh, okay, warum... ... war weh enttäuscht? Diese scheiß Käfer sind damit ganz normal aus dem normalen Gebiet. Äh! Die schmeißen mit extra auf mich! Bitte kommen! Ja, ich komme doch schon, weißt du? Bam, 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 bam! Okay, also diese Käfer sind die ganz normalen, die wir schon kennen. Also so schwach! Ja, die sind jetzt nicht die wie in der Wüste, mit selten! Ja... Ich hab' irgendwas episches eingesammelt, tatsächlich, aber die Eiswölfe sind auch total leicht, ne? zu töten, die Punks? Ich... äh, arktische Falle gibt's jetzt! Äh... Ähm... 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 Ich hab' grad' was runterge-troppt! Okay... Ich hab's grad' gesehen, da kommt gleich was runterge-troppt! Ich hab' dir grad' gesehen, da kommt gleich was runterge-troppt! Ich hab' hier bringen ja gar nichts! Ja, das weiß ich! Ich bin... Ich bin... ... auch ne arktischen Fisch jetzt. Jetzt schon wieder von jedem scheiß erfolgt, ne? Ja, ich mein' ich werd' da kriegen... Ich werd' schon wieder gehen... ... von jeder Schei... Warum ist da eigentlich ein Vulkan? Das ist ja auch der Vulkan da oben, ne? Ja, ich mein' ich werd' da kriegen. du musst überlegen jetzt können wir eigentlich ganz schön viele ressourcen sollen noch keine neuen ressourcen und eigentlich nein ich sagte ressort wir brauchen ja holz wieder wir brauchen alles ja und jetzt kriegen wir den jetzt das rezept für violette ich verwecke gerade ich glaube ich weiß warum wir so schnell erfrieren erinnerst du dich noch an das eis tat ist man ja ich erfriere ich komme dann gegen die reihe ohne essen ich habe fast alle alle angeln mir ist sehr kalt ja auch aber es bringt nichts also du kannst nichts in die kälte machen kannst du die ersten aber ich glaube ehrlich steht übrigens aber da unten ist ja wieder normal wo du ja bist weil wir gucken wir es machen das ist normal ich für die ganze zeit aber da unten ist ja kein schnee mehr trotzdem aber auch wirklich was sind dass ich viel kühl warum finde ich auch weiter hallo wir sind neu kühl körperten ja 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 mit so schottisches hochland schottlands sind in schottland ich weiß noch nicht auf jeden fall also was wir wollen kein schaden wie stürzt in den hier stürzen sie nur du kannst du nicht töten du stupst sie höchstens ich habe nichts mehr und schaden machen wir den eh nicht weiter headshot die armbrust macht mehr schaden weiter aus vielleicht greifen die auch an ich habe nichts gedruckt er hat der hat ein ding ist ja hier ich habe eine kuh oder wie so und mehr gesagt ja egal wir gehen erstmal ein bisschen weiter der vulkan ist wahrscheinlich dieser riesenberg da ist wahrscheinlich eine höhle da ist das ein höhen eingang da hinten sie sind auch wenn du Richtung riesenberg guckst da heißt ein riesen höheneingang würde sagen aber ich hoffe ob wir da ankommen ist eine andere frage ohne zu verwecken aber hier ist nur troppel wie meinst du das wir haben auch schon ins gelächter ich gehe doch nicht auf ich gehe dann ja warum die sender ja ich sehe nur unser scheiß anzeige verboten das ist der eis monster das ist auch das nöde lass mal gleich in die eisöhle gehen ich will mal wissen wie viel schaden höchstens ich sehe es ich bin da nicht so nah das kann aber auch mal ok ok der läuft länger komm rein schnell in die eisöhle ich mach gar keine ich mach gar keine oh scheiße raus hier raus ich habe hier einmal schaden gemacht das eis monster verfolgt dich ich bin zu langsam oh gott es jakt jetzt mich Wieso kommst du zu mir ah da aber es kann wirklich runter easy peasy ok wo bist du ich hab dich komplett nicht mehr auf meine anzeige gehabt warum auch immer oh nein mein schwert ist doch tot er steht da oben guckst du es an er hab nicht gesehen und das spurt auf mich alter der wundschutzt alles der wundschutzt weißt du was dann töten wir mit der armbrust lassen wir da kommen komm ich helfe dir sogar mit der armbrust guck ja du brauchst auf jeden Fall der gespart 400 ich hab 52 das reicht ja warte mal wieder entstreck ja wie weiß na komm schieß mit der armbrust mit mir aber denk dran er kann nur nahkampfschar er kann kein nahkampfschar mehr machen ne ja ja schießt hier die ganze Zeit ab schießt hier mit auf nein oh wiii 10er alter 10er headshot dicke wolle dicke wolle die 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 h ich brauchne ne neue armbrust ich kann im dreh ach man was sei de warum sah das grad bei mir aus wie so ne armbrust wo ist die warte nee die war ja beim monster wo das monster ist also übrigens ich wollte ja mit dir eigentlich hier das komplette normale gebiet aufnehmen also das ist immer noch ich würde ganz ganz gerne nach oben zum sprang gehen ja das wollte ich ja auch von uns bleiben jetzt nur noch 20 minuten höchstens es sei denn das spiel fängt wieder an zu ruggeln wie jetzt gerade okay dann gehen wir jetzt noch mal schnell und da konnten hier noch normal aber auch aber wir brauchen nichts mehr die seite wir finden jetzt wieder ein monster aber das monster können wir töten weil das ist total schwach ja wenn die man schaffen wenn nur eine headshot mit einer armbrust machst und ich gehe in den nahe kampf könnten wir es tatsächlich schnell machen ich sage ja ja voll aus ist das ist dein herr freundet nein tatsächlich einmal hier ist monster in der nähe doch kommt man zu einer näher angezeigt ja hier oder das ist töten kommt jetzt so noch da hallo hallo heute ja und ich habe kein schwert mehr das ist ja das ist der andere aus der der welt schießt mit der armbrust auf den kopf ich habe gesehen 10er headshot die haben die selben fähigkeiten nur dass der eisboss dreimal so viel schaden hat ja bei der spiel nach einer z xp oh gott oh mein gott das ist ein headshot oder da musst du da ich kaputt und dann geh ich nein dann gehst du mit ihnen in der kampf ich werde ich davon wissen man hat ich dass irgendwie kriegen die schnelle tot nein so lange es geht dass ich und da kommt die kotze also heftig ist eine kotze bitteschön wieso kannst du mich noch haben wenn ihr jemand in der abbrust auf dich einschießt weil ihr wendet ihr steht also ich weiß doch ein drück auf ausweih auf gott rennen oder bringt den blocken was eigentlich verdient er hat mich gerade und schautet auf sie willst weil du den hier kalt macht kriegst du sneakers ein gesunde natürlich ok die schuppe gehört habe ich dir gesagt okay gut ich will sie auch wenn ich mal sehen dann mit denen könnten nein mit denen können wir jetzt die weltbank zweimal kaufen das heißt wir haben jetzt eine sache das ist super selten also ja aber diese monster findest du extrem selten also du weißt was ich meine mit dem du findest sie extrem selten für mich ist aber nicht mehr benötigen gerade schon aber ich habe kaum mehr was mir mehr leben gibt ich habe gerade keine ahnung wie viele sachen krass gefunden das einfach alles freigeschaltet alles ich habe das ganze spiel freigeschaltet ende lego fortnite das ende wir haben es geschafft wir haben alle drei wir haben alle fünf monster gekillt das ist die vier kasse leute na gut krass und jetzt ich weiß nicht ja aber die sind fast aus der schwarze haus und so ist doch so aber jetzt hat sie gesagt das ist das war eine hand das ist ein hunter gewesen gerade ich habe übrigens diese diese die lange wolle naja ich weiß nicht was ist da drin irgendwas bloß ich habe schon wieder brot eingesammelt ich habe das baguette eingesammelt also mir kann mal laufen wir richtig war mal wir müssen hier lang mal das muss man kurz was essen ich habe keine fast keine leben gefühlt ich glaube ich stelle vielleicht noch mal alles neu her und machen über dieses zeitwerk gehalten so schrecklich aber meine idee ist erstmal über diese werkzeuge lieben gerne mal eine dachrand zu bauen damit wir wenn schon die auch im regen benutzen können damit wenn ich immer warten die müssen bis dieser scheiß regen weil auf gehörter zu regnen eine bedingung sehr schönes schnauze das kriegt man ähnlich hin so scheiße wie dieses bausystem in lego fortnite ist das kriegt man nicht denn ich kann auch nicht kann ich kann dich nicht mehr hören ich spiele immer noch nicht auf dem pc und ich krieg das auch nicht hin sag mal wieso machten wer wohl so ein scheiß der mensch der wollte ist oder so 4 million 10 hat 4 million das ist das fan high vielleicht hat es auch vielleicht haben wir nicht da witzig ja aber hier die höhle haben wir schon hier aber auch wenn da nicht drin werden der ist nichts das sind vier holz eine wolle und ich habe glaube ich noch nie mein leben so viele von diesen panzern gesammelt von den normalen also warum wird das spiel eigentlich immer so stockducer wenn es anfängt zu richten gehört du willst dir den drei fragen machen noch nicht willst du mir den drei fragen machen nein da war also wird als als erstes brauche ich eine kiste kann der regel nicht benutzt werden ich das ist mein leben so ich brauche wieder eine normale kiste ich platziere sehr viele normalen kisten in meinem haus habe ich meine pfeile rein wolfskrallen das da also alles was ich eigentlich nicht brauche warum habe ich können es gerne weder holz kann ich gut gebrauchen aber was ist das was da drin knorrenwurzel keine ahnung sind und zwei kann ich eben ja auch nicht gerade so hat man zwei was haben doch schon super viele von letztes mal so was würde ich jetzt mal die blaue angehen was werde ich jetzt machen was werde ich jetzt machen würde das wahrscheinlich das neue aber das drei hast du gesagt ja aber als erstes werde ich glaube ich erst mal an also wirklich drei kannst du den greifen machen ich habe hier bei parken und die überlebenskompost ritter schritt besteht hauptsächlich aus kuppen bauen oh gott alter ich habe sogar neuen schmuck freigeschaltet näher sprengt pulver drei und wie viele seien ja ich habe auch genug auf seite brauche ich zehn vier für was wohl für den greifer springt pulver nämlich von meinem haus gewartet jason warte mal kurz ich muss mal kurz was nachdenken von überleben der muss mal kurz nachdenken kann es mir noch mal erzählen waren das nach zehn seiten seien seine seite die der wegkommt sind wenn man sich mal hier diese schleift teil weil ich ganz genau weiß den den wir woanders haben das kacke wir haben 16 seite da auch gründe ich habe neun seite hier also mein privat thron habe ich noch ein paar diese drei heiligen privat thron da ist so jetzt habe ich und kann mir jetzt ein greifer bauen ich könnte ihn eigentlich schon die ganze zeit und wenn ich jetzt mal überlege ich habe klar ich wollte gerade 30 schuss hast du mit diesem ding ich bin gerade die hälfte selbst erkundet und guck mal wie fett dieses teil ist also ich war gegen den haus nein das sind 30 schuss die müssen wir sparen ich habe die kürze die leite wachen so euer leute ich ja ich habe mir nötig ich habe es gar jetzt ich habe ich schieße weil ich also auch wenn man das gar in lege und fort ergeben würde wäre ich bestimmt der beste mensch der welt ich habe nur 40 schuss deswegen darf ich leider nicht einmal damit schießen ich spiele doch nicht paar wird also ich finde überlebenskompost schützen ja auch nicht ich kann eigentlich die ganze bauen jetzt will ich kann es für mein leben drei klassen bin ich habe ihn dann ich brauche mir einen eigenen bahn und an die tafeln wollte kann habe ich gesehen wenn mir jetzt ein volles wird mein kass ausgenommen hat dann bringe ich dir okay ich bringe genommen ehrlich ich hatte mehr klasse in meinem haus aber eigentlich kann alles weg finde ich sogar dass man jedes mal meine trugen geht ok jetzt ein zweites klaus das ist ungerecht und die hatte bis man es klar so mal gucken aber erstmal will ich sehen was man damit machen kann interessant für mich ist dann kannst du die namen müssen die fühlt dem hat einfache das bringt mir nix macht eine navigation was soll mir dieser scheiße bringen ach so ach so das ist so ein scheiß jetzt habe ich da oben dieses mit süd west süden west wie viele klasse spielte hast du bei dir gehabt komm mal her aber ich kann ja ich kann dir was geben eine wolfskarte brauchst du hier ist diese gesammelt ja jetzt kannst du bauen jetzt kannst du bauen leiten kopf verbrauchst du nicht ich habe nur mein gemacht und ich habe kein kupfer mehr warum gepackt hat ja auch mein gott ich habe ein kopf weg gepackt hast du eine sonne ich habe 24 wie viel klasse hast du aber gibt es gibt mal her ich gucke nur wie das ist okay besser als das andere oder ist es kacke so jetzt kommen wir mit das war das habe ich das falsche die karspieler muss mir ein paar geben ich gucke doch noch nach ich gucke doch noch kurz nach ok ich will nur noch gucken ob das denn oben besser ist oder schlechter er will ich nicht hier wird das ist machen wir den gruppen von das ich traupe dir dann wenn ich das einmal angeguckt habe ich würde es auch mal was sagen man geht das kratzt mich so sehr an ich sitze auch mal durch die koffer fahren und die klasse ich hier gibt es ja auch direkt ich will es noch mal schauen und man kann ja auch schwebbau ein normales schweb ist das noch ein bisschen aus koperbaren effektiv mal gucken ist das besser als das andere oder das kacke würde ich nicht feiern braucht zwar keine karte mehr für diesen scheiß aber hey jetzt habe ich meinen letzten cover warum für so ein vollidioten weggegeben wo ist der andere gut hier das habe ich für vollidioten meinen koffer waren weggegeben deswegen hasse ich menschen immer diese wunde planken brauche ich mein fresse boah alles voll der greifer kommt mit aber noch für berge die ich nicht erklimmen kann wer haut jetzt schon wieder auf meine sachen ja was ist das das ist die folge jason kannst du mal aufhören das nervt du nervst mich spring gleich fortwürdig vor einen zug so jetzt mal holz ja das jetzt kann ich dir auch einfach hier raus dürfen geht auch besser wer hat nach deiner meinung gefragt sowas sehen was für eine säule brauche ich damit es besser aussieht also damit es mehr hält größere säulen kann ich nicht bauen jetzt komme ich nicht an die decke ran und es wird mich nerven ja jetzt steht auch noch was im weg spaß scheiß drauf sie es aussieht ist nicht einfach nicht im geringsten boah meine güte ich hasse dieser scheiße kann man dieses spiel nicht einfach besser machen nee kann man leider nicht noch was neues zu bauen ja kannst du mir versucht mal hier zu helfen wenn diese scheiße mal besser wäre wenn man diese scheiße besser erfunden hätte würde alles gut gehen na kass da braucht es jetzt ein schönes unterstand ich freue mich drum ich nicht ich krieg das nicht mal hin so scheiße ist wegen dieser scheiß jetzt hör auf zu tanzen du fragst mir danke man kann es meinen arschlecken gleich ich habe keinen bock mehr auf diese scheiße ich habe keinen bock mehr boah ja dass ich hunger habe das weiß ich auch schon du scheiß drecks spiel mal von vorne die machen ohne das was mache es geht nicht kannst du mir gerne helfen oder bist du auch so nutzlos wie deine eltern es ist schon so waren jetzt meine güte dieser scheiß ist ja empfindlich was ist das für ein ekelhafter kack einfach nur bauen wie soll man dann bauen wenn dieser spiel so empfindlich ist boah wenn du mich noch einmal abfängst ich schwöre ich schmeiße dich raus tanze hallo lecker hast du mich schon wieder abgelenkt dünner mein gott wenn ich direkt über die säule ja 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 das juckt mich doch nicht ich bin auf der säule aber so wie ich jetzt von ihr sehe bin ich auf der säule ich habe noch sechs holz kannst du mir ein bisschen holz abarbeiten normales 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 wenn du nichts zu tun hast dann mach mit alles ich lasse den spaß hör auf zu tanzen alter das fack mich gerade ab ich bin teuer gott ich sehe ich bin alles witzig merkt nicht dass der andere nicht lacht sondern mehr abgefuckt ist ja jetzt hervor wir alle zerrumpacken hast du es mit meinen sklaven die katholizier die heute abzustellen in der luft wie kann sein dass die anderen sollen kleiner sind als die andere verstehe das nicht mehr so wie viele wir wissen noch mehr zweiter und die ankommen so mehr ist drei leute oder wo sind die anderen in die bearbeiten nee die gehen nicht aber du bist du wegen habe ich auch gar nicht angeholt ach scheiß noch kann man die andere erst paar sachen schon benutzen es regnet glänzt sich schon leicht macht die hier die steht alleine in einem steht hier oben alleine am fenster an einem tisch in der ecke ist mein haus längst mich gerade so sehr ab dass ich gerade verkackt habe verstehe ich bist ja auch ein mpc da brauche ich musik nein brauche ich musik zum leben nein brauche ich menschen zum leben nein und ich brauche kein spotify ich brauche kein leben ich brauche gar nichts deswegen habe ich mir auch vier energies geholt um morgen meine mitschüler auszuhalten weil ich halt einfach keine menschen mehr aus inzwischen ich meine jetzt nicht die abonnenten die sind ja klasse und witzig so wie der einer von knapp kommentiert hat er der war witzig ich habe noch niemanden gesehen der nacht als nicht überlebt aber hey er hat nach 2 30 mal eingeschissen jetzt passt diese scheiße nicht rein was ein kack wenn ich jetzt was falsch gebaut dann hättest du jetzt alles machen sollen ich würde es mir doch egal fragt dieser scheiß system hätte man das besser gemacht hätte ich auch wahrscheinlich hingekriegt und hätte dieser scheiße es gibt halt keine ordentlichen sollen die wir haben okay doch es gibt doch nein weil gleich eine kugel in den kopf ja deine mutter ich will dass ich wer kam jetzt lass es doch einfach da stehen zum letzten gottverdammten mal das ist meine welt hör auf macht das weg weißt du was ist genau ein leichter weg man kann ja auch einfach schalten ich halte ihn aber beim nächsten mal sturm dann müssen wir ihn nicht mehr hören wusste ich gerade so ja sind es auch so ein hütten sollte eins schon mal mit ihr einfach so warte alter was macht ihr eine von mir hallo piste ich mag ich möchte nicht auf ein date mir sehr leid aber ich das heißt also ich voll gut das ist dass die so eine eingangstür nochmals zu den sachen weißt du dann brauchst du jetzt die wand dann kannst du ja jetzt die wand bauen würde willst mir packte keine was mir dann ist doch von ein seiten dran kommen und übrigens wir wollten eigentlich nur ich zitiere nur eine decke damit wir das teil benutzen können mehr ich mich das nicht es muss erst mal in die mittelrein alter ist es wie puzzeln scheiße empfindlich so fertig ist gerade aufgefallen warum platz ich ziehe ich denn nicht da auch mein gott warum ist schade ich schon wieder zurück sagen wie soll ich sagen blitz 204 ist wieder da oder was so leute ja sieht zwar scheiße aus aber wen interessiert schade schade ja der aus tournacht man weißt du der aus tournacht man ist wieder da schade ich hier die augen ab und gibt vor dem winkel nach einer bleibe zu suchen schade zucken mit den schultern und wartet auf deine anweisung eben beim dorf schade denkt über nach soll ich nicht nein nein sollte bis zu schlafen ein neeres bett ja du hast ja ein bett geklaut übrigens hier stand hier hallo hier guck dir das noch an hier steht das bett von todelgott xd direkt hier sein bett ist es immer mehr zu sein scheiß alt gewesen ich weiß nicht wie siehst du die politik so dazu weisen schaden die gesandt auf nein weil ich denke das sind doch wenn es niedrig ist ja dann guckt ihr mal was wir brauchen weil ich heute fragen wir ob sie ja ob sie die jahren finden wir in der lavahöhle die machen wir bei der nächsten folge weil die folge jetzt schon längst vorbei ist na gut leute das war es mit der folge lego fortneid ich hoffe es hat euch gefallen wieder mehr selbst hier ausgerastet guten tag habe ich leider nie wieder jeder mensch der fahr jeder mit dem ich bis jetzt zusammenarbeite fragt mir aber nur das heißt wir sehen uns bei der nächsten mal aber gucken uns doch das live konzertieren ich bin steckt das alle in einer reihe ok